Wenn der dritte Schuss jetzt das gleiche macht bei einem Sechsfachglas und dann kennt's mir alle mal, Wahnsinn. Heckler & Koch MR308, 13 Zoll Lauf, B&T Blastcam, vor allem nicht drauf, mal grob eingeschossen mit dieser uralten Munition, die tanzt allerdings durch die Gegend ohne Ende und der Verschluss bleibt beim letzten Schuss nicht offen, deswegen probieren wir mal die gute Remington Premier Match 168 Grain, ob die ein bisschen mehr Schmackes hat, schauen wir mal ob der Verschluss beim letzten Schuss offen bleibt. Schießen wir mal 3er Serien, weil die Munition halt sehr selten ist. Distanz 100 Metern. Sicherung greift, so soll es sein. Die Zehner zählen hier nicht. Wir zählen nur Gruppen, wie nah sind die Schüsse zusammen. Ah, ok. Halt ein Stück höher, dann wärst du ja auch noch zählen. Ja, ja, eben. Wir schießen mit keinen Ringen. Ok, wir sind im Geschäft. Den hab ich verrissen, glaube ich. Alter, was ist los? Sehr schön. Oder die billige? Schön wär's. Schön wär's. Ok, die Waffe trifft. Die Waffe schießt dahin, wo ich will. Zwei Zehner oder Neuner. Mach mal weiter. Sehr schön. Der muss hoch. Wer hat denn das eingeschossen? Also von den Magazinen, muss ich sagen, bin ich echt ein bisschen enttäuscht von der MR308. Die hat nicht einmal Anti-Tilt. Wenn du nämlich reindrückst, die kann richtig so. Kein Anti-Tilt. Das verwundert mich tatsächlich dann doch ein bisschen. Weil das haben sie mittlerweile alle. Und der Verschluss blieb beim letzten Schuss offen. Indiz dafür, dass diese alte R1 M1 308 nicht mehr genug Schmackes hat, um den Verschluss offen zu halten. Bei der Remington blieb das alles offen. Das ist irgendein Surplus-Zeugs. Ja, ja. Also, ja gut. Nein, Surplus nicht, weil die sind nicht korrosiv. Da hab ich mal nachgeschaut. Aber die Präzision, das war jetzt irgendwie DIN A4-Seite auf 100 Meter. Also, das ist schon Müll. Das ist für Sperrfeuer, aber nicht für präzises Feuer, ja. Okay. Schau mal, hab ich jetzt hier was drin? Jawohl, hier haben wir's drin. Dann nehmen wir mal neue Serien. Schau mal, was sie macht. Hey, die schießt gut. Die schießt schön. Hätte ich jetzt auch nichts gesagt. Ich hätte jetzt wirklich gesagt, ab auf 300 Meter damit. Probieren wir einen 13 Zoll auf 300 Meter aus. Man sieht ja, 100 Meter scheint zu funktionieren. Alles klar? Die 338, die merkst du einfach neben dir. Das ist so hart. Das ist... Wenn dann auch die Tigermündungsbremse dir eine um die Ohren haut. Du, also... Das ist schon der Geschmack in den Nasen. Boah. Ungesund. Boah. Das ist das Magpul-Zweibein. Das soll ja so sein, das kannst du richtig schön beladen. Und die haut ja schon gescheit auf die Schnauze, ne? Für Dynamisch schön ist es für uns zwei Bein. Für mehr muss es ja nicht. Ich baue Druck auf. Ich baue noch vorne ein bisschen Druck auf. Genau. Das reicht. Neun auf zehn, sechs Uhr. Ja. Ich hab jetzt nicht geklingelt, waren das meine drei. Du hast ja. Oder auch zwei. Aber... Die zwei waren... Jetzt waren wir ganz neu. Der und die unteren zwei. Okay. Genau, das geht ja. Ja, 300 Meter. Schauen. 300. Das ist jetzt die Frage, du willst mit dem BDC runter, weil es ja bloß ein Sechsfachglaschen ist. Geht schon. Ja gut, aber er hat halt 223er BDC drin. 308. Da bin ich mal dürfen. Mal schauen. Weil ich kann natürlich jetzt nicht mit dem 100 Meter Haltepunkt schießen. Ich würd oben an der Eins anlegen. Ich würd einfach mal schauen, was da passiert, ja. Ja. Die Strichstärke vom Absehen ist schon so breit vom ganzen Schwarzen. Also präzise wird jetzt relativ. Aber guck mal, was hingeht. Okay, 300 Meter. Wir sind hot. Einmal 308. Probierer. Das geht. Wir sind tief. Ja. Nicht auf der Scheibe, aber unten. Sechs, äh, sechs Uhr. Boah, die sind immer noch tief, Alter. Krass. Ah, okay. Dann probieren wir was anderes aus. Ha, 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 ha. Wenn der dritte Schuss jetzt das Gleiche macht bei einem Sechsfachglas, dann können sie mich alle mal. Wahnsinn. Mission heute erfüllt. Ey, leck mich doch am Arsch. Ja, das ist schon krass. Mit dem 13 Zoll Lauf, wenn wir nochmal hier drauf schauen. Die haben wir einen Zoom rein, dass es interessant wird. Was habt ihr da, Jungs? Ach, das ist die Heckler. Ein Umbaute, oder? Die ist sportlich umgebaut. 13 Zoll Lauf. Aha. Da hat vorne diese, diese B&T Plast-Ken drauf. Ja. Aber ansonsten Serienzustand. Oh, da weht's aber. Da kommt der Winterschaf. Ja, ne, man weiß, sowas sonst auch gar nicht. Ey, du, bloß ein Sechsfachglasl. Bloß ein Sechsfachglasl. Ich halte grad hier eigentlich mit dem, weil das hat ein 2-2-3er, Absehen. Ich halte grad mehr oder weniger mit dem 400 Meter Halte-Maß oben, irgendwie mit der Kante an die Scheiben ohne, aber das funktioniert trotzdem. Also mit der 400er Marke? Du nimmst hier den ersten, zweiten, dritten, dritten, du nimmst den dritten Strich. Dann bist du auf 300 Meter Fleck. Du nimmst den dritten Strich und haltst den oben am schwarzen genau an. Also Spiegel oben, okay? Zwischen dritten und vierten Strich bleibt, ist dein schwarzes, aber du nimmst den dritten Strich oben auf. Und dann bist du genau im Zentrum. Du weißt oben an. Genau, also ich halte halt hier. Genau am schwarzen, am Übergang. Mein Strich ist ungefähr so. Das ist der 300 Meter Strich, das ist der 400 Meter Strich. Ich halte ihn hier oben an und dann landen sie genau in der Mitte. Super. Also kannst du nicht meckern, ja? Cool. Geil, okay. Magst du mal probieren? Ja. Du bist total behindert. Okay. Ich hab's nicht mit Händel. Ich hab's nicht mit Händel. Ich auch nicht. Warte mal. Also, Zeil von oben runter, der dritte zwischen dritten und vierten Strich. Und du setzt den dritten Strich oben ans schwarze an. Wahnsinn. Ja, da bist du in der richtigen Richtung. In 10er Folge. Und zwei unten auf der neun. Oder acht. Zwischen auch gewohnt. Aber ich hab's noch viermal Daumen, ne? Magst du letzten zwei du machen? Ja, ja. Warum nicht? Also für 308 mit 13 Zoll Lauf, Selbstlader war jetzt das zumindest, also mit dem Sechsfach Vergrößer, entweder war's jetzt bloß Glück oder es war einfach, also es war ausgeschammt gut. Dann schauen wir mal. Es war ausgeschammt gut. Ja, das fand ich jetzt auch grad ein bisschen überraschend. Weil die Lauflänge gut, die Munition jetzt her, aber die Lauflänge mit Sechsfachvergrößerung. Ja gut, aber du weißt ja, ich mein, Lauflänge mit der Präzision jetzt nicht unbedingt was zum tun, aber halt mit der Geschwindigkeit. Deswegen muss ich auch so weit hoch halten. Aber ich mein, ganz ehrlich, das war jetzt eigentlich ein 3er, 10er Gruppen. Da bist du eigentlich schon mit dem Repetierer eigentlich auch schon relativ happy. Was heißt relativ happy? Da bist du happy damit. Ja. Also, schauen wir mal, ob wir's so produzieren können. Aber Fakt ist, die Remington Premium Match, das ist wie Gefrisszeit. Das ist N308, das ist das Benchmark, absoluter Benchmark. Was sagt die Temperatur eigentlich überhaupt? Ich hab'n falschen Strich drüber. Ich war zwischen zweiten und dritten, äh, zwischen dritten und vierten beim ersten. Obwohl ich, glaub ich, gestehen muss, wo ich den innen 10er geschossen hab. Ist aber trotzdem grad noch 10er. Hab' ich, glaub ich, auch den falschen Strich hergenommen. Das kann schon sein. Ja, aber trotzdem das Ding schießt, also, äh. Ist der nicht recht? Also, das war jetzt mein Fehler, weil ich mit dem, mit dem falschen Absehen grad geschossen hab, mit dem falschen Haltemaß. Ja, aber ganz ehrlich, also, ich hätte jetzt hier auf der Entfernung jagdlich überhaupt keine Bedenken was zum Schießen. Gar keinen Grund. Überhaupt keine. Das funktioniert hervorragend. Endgült. Die geringe Auswahl. Was, was nehmen wir denn? Mit was probieren wir jetzt die MR308 nur aus? Wir hätten auf jeden Fall die Target Elite Plus, 308, 168 Crane. Gleiches Gewicht. Wir hätten die Federal Gold auch 168 Crane. Ja, ich würd' tatsächlich noch mal beide probieren. Wir hätten die S&B HP BT. Ja, ja. 168 Crane. Und dann hätten wir sogar noch zwei Jagdkaliber hier. Ne, ein TRX, das ist kein Jagdkaliber. Die DTX, das ist so das Billigzeug. Aber das wär' kein Jagdkaliber. Das heißt, dann die Interlock, das ist jagdlich. Ne, das brauchen wir jetzt nicht. Das würd' ich jetzt mal weglassen. Ich würd' jetzt hier von den drei vielleicht mal einfach ein, zwei ausprobieren, weil die Remington Premier Match nicht die 2 zu 3, aber 3x8 haben wir ja schon. Ja. Aber ich glaub' ehrlich gesagt, wir haben halt das Limit einfach durch die Optik. Du kannst halt nicht recht viel mehr machen. Also besser als mit Remington Premier Match trau' ich mich nicht zu, mit der Waffe halt zu schießen. Ich würd' jetzt, ganz ehrlich, probier' wir einfach nur eine aus. Probier' wir eine aus. Schau' mal, was die macht. Nehmen wir die Federal Gold? Ja, probier' wir mal die Federal. Die hab' ich mit der Waffe noch nicht geschossen. So, und dann machen wir mit der Mi 308 noch mal 300 Meter. Federal Premium, ebenfalls 168 Grand. Die hab' jetzt zum Beispiel aus dem Halbautomaten noch überhaupt nicht geschossen. Und sogar hier die Gürtelschlaufe, dass du's hier an die Seite von deinem Gürtel hängen könntest. So, jetzt ein bisschen dieses jagdliche Thema. Dann machen wir mal. Open Tip, also kleine Holopoints. Und wir haben mal drei Schuss hier, auf 300 Metros. Gleicher Haltepunkt wie vorher. Hat's aber zugeführt. Und ich gebe zu bedenken, sechsfach Optik. Sieben, zwölf Uhr oder ein Uhr. Sieben, zwölf Uhr oder ein Uhr. Klick, kein Bumm. Keine Zuführung. Mal probieren. Drei oben mittel. Ich behaupte, die ist deutlich schwächer. Weil die kann meinen Verschluss nicht offen halten. Die vorherige Surplus konnte den Verschluss beim letzten Schuss nicht offen halten. Aber wenn ich ein Premier Match konnte, ist schon. Die kann's wieder nicht. Wir haben eine kleine Gruppe hier oben. Liegen deutlich höher. Ich probier jetzt noch mal ein anderes Haltemaß. Der blieb jetzt der letzte Schuss auch nicht offen. Du, wenn wir unseren Chef verlassen würden, gell? Dann darf's gar nichts rein. Schau'n bei der Waffe an, gell? Ich muss mal geziel, weil jetzt bin ich da. Du schießt dich rein. Aber ich klein, das ging da drin, gell? Nichts? Jetzt wollen wir ja gar frei. Äh, Brötchen, willst du dir die Berger rein schließen? Gerne. Äh, pass mal auf. Das hat so eine Picatinische, gell? Ja, das will ich auch wieder kurz auf. Hier klick kein Bumm. Auswerfen tut sie. Aber zuführen tut sie nicht mehr. Okay, jetzt hast du dir vorne umschlaubt. Äh, Brötchen, das ist deine, gell? Ich glaube, jetzt hat sie zugeführt. Also, wie braucht ihr das? Gut, ich wollte dir gerade zweibein kaufen. Nein, nein, nein. Brauchst du das? Kann ich zweibein haben? Ja, ich kann schon. Schleiß. Okay, hier wird's. Jetzt der Schuss nicht offen, aber... Okay. Ja, zweibein. Ähnliches Ergebnis. 300 Meter, nicht so gut wie vorher. Aber trotzdem, mit der richtigen Optik, mit der, wo du jetzt nicht hier so quasi rumzabbern musst, was die Haltemachen angeht, könnte man richtig was reißen auf 300 Meter mit dem Teil. Mit dem kurzen Lauf, bin ich sehr beeindruckt von der Häckler und Koch. Da kannst du nicht meckern. Stark! Ja. 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 Ja.